Trotz bärischen Muster in der Chartanalyse kommen die Analyse und behaupten, die Metriken von 2015-2017 wiederholen sich. Der Zyklus wird also beginnen und wir werden bald die 100.000 Dollar bei Bitcoin sehen. Ob diese Aussage tatsächlich Sinn ergibt und ob es eintreffen kann, das schauen wir uns in diesem Video an. Plus natürlich weitere wichtige News und eine sinnvolle Chartanalyse. Bleib also dran, hau auf den Abo-Button, wir sehen uns nach dem Intro. Wir starten mit dem aktuellen 4. Greed Index. Mit 52 Punkten stehen wir weiterhin in der neutralen Zone. Eine Wahl vor 13 Jahren hat sich also hier wieder reaktiviert. Sozusagen, denn er kommt aus der Ära von Satoshi Nakamoto, wo er selbst noch aktiv war. Diese Wahl hat sich quasi zu einer Wahl geschaffen durch das Mining. Damals war das Mining natürlich noch sehr interessant. Viele hatten dann schon Gerüchte gestreut. Oh, ein Wahl positioniert sich zum Verkaufen. Nein, er hat nicht auf eine Börse überwiesen. Er hat nur von einer Wallet-Adresse zur anderen seine Coins verschoben. Das kann sein, dass er sein Ledger, ein neuer Ledger zugetan hat und die jetzt halt darüber transferiert hat. Ich weiss es nicht, aber Fakt ist, aktuell ist dies keine Gefahr. Aber man weiss eigentlich nur, dass diese Wahl noch lebt. Binance stellt ihre Zahlungsdienste per sofort ein. So sagt man zumindest in den internen. Und man geht davon aus, dass man sich wieder aufs Kernprodukt konzentrieren sollte. Nun, was ist der Kryptozahlungsdienst? Man kennt dieses Distributionsschema schon von Coinbase. Sie machen das sehr erfolgreich. Unter anderem jetzt auch mit der Kantonalbank aus Luzern. Das ist die erste Kantonalbank, die jetzt auch beginnt, eben im Krypto-Business Fuss zu fassen. Ob da wirklich Coinbase-Sender ist, kann ich nicht sagen. Ich gehe aber stark davon aus, weil diese Distribution aktuell die beste ist und ich keine andere Alternative empfehlen würde. Zumindest für die Schweizer Kantonalbanken. Wird aber auch interessant. Die erste Schweizer Bank, Commerzbank sozusagen, die jetzt eben hier im Krypto-Space tätig wird. Privatbanken sind es ja bereits. Aber Binance Connect, so hies auf jeden Fall das Modell, war auch da eben für Unternehmen. Man hat zum Beispiel einen Online-Shop und will den Kunden anbieten, dass ihr eben über Krypto-Assets bezahlen könnt. Dann hat das Binance im Hintergrund abgewickelt. Durch die negativen Schlagzeilen und eben auch diese Regulierungsprozesse war aber die Nachfrage für Binance Connect relativ dürftig. Und aus diesem Grund hat man jetzt gesagt, man stellt das ein, man konzentriert sich wieder auf die Kernprodukte, was auf der einen Seite Sinn macht, da wieder qualitativ ein bisschen zu verbessern. Und aus dem schlechten Ruf wieder in den positiven Ruf rüber zu gleiten. Und dann könnte man ja wieder Binance Connect anbieten. Es ist ja nur eingefroren, das System wird aus diesem Grund nicht unbedingt sterben. Bin aber gespannt, wie es da weitergeht. Was ist deine Meinung? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Ja, Sam Bankman-Fried. Er fängt dann zu schwitzen. Da natürlich jetzt auch zurück im Gefängnis, obwohl da wird wahrscheinlich auch vierlagiges Toilettenpapier bekommen, wird es jetzt nochmal ein bisschen interessanter. Denn er wollte ja das Tagebuch von Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda Research und aber auch Geliebte von Sam Bankman-Fried, veröffentlichen. Natürlich nur diese Seiten, die ihn ins Grüne oder bessere Licht bringen. Jetzt wird sich aber der Spieß gerade ein bisschen umgedreht. Denn die Anwälte kommen und sagen, Moment mal, wir haben hier ja noch einige Einträge, die interessant sein können. Und nun wollen wir, dass das Tagebuch zugelassen wird beim Prozess. Denn da gibt es zum Beispiel eine To-Do-Liste, wo drinsteht, das könnte Sam oder Dinge, die Sam zum Ausrasten bringt. Und da sind einige Dinge aufgelistet, unter anderem auch Gespräche, intime Gespräche, aber auch Meetingsgespräche, die da waren, die protokolliert wurden, da, wo man dann eben gesagt hat oder darauf hingewiesen hat, hey, mit den Benutzergeldern, da wird da was nicht sauber gemacht. Und da hiess es immer wieder von Sam, ja, ja, wir machen so weiter. Naja, könnte schwierig werden für ihn. Ich bin gespannt, ob das zugelassen wird und ob das auch rechtens ist. Wir werden es sehen, wenn die Zeit dafür reif ist. Ja, der Bullenmarktzyklus 2015 bis 2017 soll sich anscheinend widerspiegeln. Immer kurz vor dem Halving beginnt also dieser Bullenmarkt. Ich habe euch jetzt schon mehrfach in die Reise meiner Chartanalyse mitgenommen und euch erklärt, wie und wo man darauf achten sollte. Und sie kommen natürlich jetzt wieder mit gewissen Aussagen, wo ich mit Daten und Fakten jetzt ein bisschen dagegen spülen möchte. Ich habe euch das natürlich mitgebracht und da will ich mit euch auch offen darüber reden. Erstens, der Bitcoin hatte bis heute noch keinen einzigen wirtschaftlichen Bärenmarkt. Wir reden von einer Wirtschaft, nicht von einem Zyklus, sondern von einem Bärenmarkt aus der Wirtschaft. Wir haben das jetzt insbesondere gesehen mit dem aktuellen Crash. Denn Bitcoin entstand durch diesen Crash schon auch 2008. Und das ist ja auch der Grund. Und jetzt haben wir einen Bereich, wo schon wieder die Wirtschaft kurz vor einem Crash ist. Oder sozusagen in einem Crash mitläuft. Sie kommen jetzt und sagen, aber ja, da gibt es tatsächlich Daten und Fakten, wo man sagt, der Bullenmarkt kehrt zurück. Und da bin ich ja einig. Am Ende, oder Oktober 2024, sollte der Bullenmarkt definitiv zurück sein. Am Oktober kommt auch immer wieder neues Geld hinein. Die Lage spitzt sich wieder ab. Wir sind an der Spitze der Zinserhöhung. Es kann eigentlich nur noch nach unten gehen. Aus diesem Grund sehe ich das ebenfalls. Aber mit ganz anderen Daten und Fakten, als ich sehr gewisse Kryptoanalyzen anschaue. Ich persönlich bin auch ein Kryptoanalyst. Aber meine Wurzeln sind in den Forex- und auch in den anderen Aktienbereichen, wo ich halt eben proaktiv war. Ganz am Anfang. Mit Rohstoffen unter anderem. Deshalb sehe ich das ein bisschen mit anderer Brille. Aber ja, da kommt schon noch mal die eine oder andere Geschichte. Es gibt gewisse Warnsignale. Aber hier wird ganz klar gesagt, obwohl Analyse nicht ohne Risiken und Unsicherheiten ist, erscheint die Gesamtansicht für den Kryptowährungsmarkt in den nächsten 12 bis 18 Monaten angesichts der sich häufenden Katalysatoren und historischen Präzedenzfälle vielversprechend. Also man geht davon aus, dass in den nächsten 12 bis 18 Monaten der Kryptowährungsmarkt sich massiver holen wird. Okay, würde passen mit dem Oktober. Aber eben mit den Zyklen, die Sie vergleichen, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Das will ich auch hier ein bisschen mitnehmen. Denn ich habe das natürlich mitgebracht, versuche das auch für euch ein bisschen grösser darzustellen. Was wir hier sehen, sind die Daten, Fakten aus 2015 bis 2017. Das sind die Rendite von Bitcoin. Wenn man die Rendite mal anschaut, sehen wir durch die rote diagonale Box, also nicht diagonale, vertikale Box, sehen wir, wie sich das Ganze ein bisschen aufgegliedert hat. Ja, 2017 war ein schöner Renditensprung von Bitcoin, aber 2015, 2016 waren relativ verhalten. Ich sage jetzt verhalten, nicht negativ, 2016, aber es war dementsprechend noch verhalten. Wenn man das Ganze natürlich auch anschaut, jetzt mit den aktuellen Zyklen, wo wir bevor dieser ganze Bullenrun anfangen soll, stehen, sehen wir ja eigentlich in der oberen roten Box, wie sich 2022 bis 2023 sich entwickelt hat. Wenn man das jetzt vergleicht mit 2013, 2014, habe ich komplett andere Daten und Fakten aus der Rendite heraus. Was man aber effektiv sagen kann, ist, dass September immer ein sehr roter Monat ist und der Oktober immer ein sehr, sehr grüner Monat ist. Das eben, weil im Oktober immer wieder neues Geld in die Märkte hineingestossen wird und eben im September dementsprechend viele, viele verlieren. Man sagt aber auch, in den traditionellen Märkten verkauft man im März, kauft man im Oktober, um eben die besten Rendite herauszuschöpfen. Das hat sich noch nicht eins zu eins wiedergespiegelt auf dem Kryptomarkt, aber immerhin sehr interessant, wenn man sich diese Daten, Fakten mal anschaut. Dann habe ich noch andere Daten, auch die sind sehr interessant, wenn man nämlich mal Bitcoins, Quartals-, Monats- und Wochenperformance anschaut, dann sehen wir eigentlich auch aus diesen Zyklen, wie oder auch davor, wie sich das Ganze entwickelt hat und da sind wir noch weit weg. Also auch hier, jetzt bin ich nicht einig mit den Analysten, die jetzt das vollbracht haben und was man da auch noch nehmen kann und das ist das, was eigentlich immer am wichtigsten ist, ist nämlich die Volatilität. Die Volatilität gegenüber von Bitcoin und wenn man das anschaut, hatten wir 15, 16 auch eine sehr, sehr tiefe Volatilität in dem Range, wo wir heute sind. Nur der einzige Unterschied ist der Bitcoin-Preis. Der Bitcoin-Preis ist aktuell plus minus auf der 30.000-Dollar-Linie, 29.000-Dollar-Linie. Das war damals natürlich dementsprechend viel, viel tiefer. So, und eigentlich sollte die Volatilität steigen mit dem Preis, macht natürlich auch Sinn, weil natürlich da auch mehrere Bewegungen stattfinden. Das hat es jetzt aber aktuell nicht gegeben. Umso höher natürlich der Preis geht, also wenn er mal Richtung 6-Stelle geht, dann müsste die Volatilität zwar abflachen, aber auf einem höheren Niveau. Und das zeigt hier eigentlich auch wieder für mich, die Zyklen sind nicht harmonisch mit dem, was wir schon mal gesehen haben. Also auch hier ein bisschen anderes Mindset. Ja, und dann haben wir noch das Guthaben in den Wallets von Bitcoin. Das sehen wir, dass es natürlich auch dementsprechend abgenommen hat. Aktuell mit 1,87. Damals war es irgendwo zwischen 2,4, 2,5. Muss ich sagen, ja. Und auch da war der Preis von Bitcoin dementsprechend noch viel, viel tiefer. Und das zeigt mir auch ein bisschen die Nachfrage- und Angebotssituation, die eigentlich aktuell ein bisschen tief ist. Also nochmals, bin ich hier nicht gleicher Meinung, wie Sie das sehen. Ich bin aber gleicher Meinung, was den Bullenmarkt betrifft, warum er wieder zurückkommt. Aber das schauen wir uns jetzt definitiv in der Chartanalyse an. Bevor wir aber zu Bitcoin gehen, reden wir ganz kurz über Ethereum, weil Ethereum eigentlich hier einen sehr, sehr wichtigen Punkt hat. Und zwar sind wir dran, an der unteren Trendlinie rund zu kommen. Wir haben hier, ich behaupte, es war gestern, bin ich mir ganz sicher, wir hatten hier noch das 0,5, das ist noch das alte 0,5. Das hätten wir hier hochnehmen müssen. Also hier oben haben wir durchbrochen. Also wir sind unterhalb der wichtigen Zone und somit auch unterwegs auf diese untere Trendlinie. Wenn die untere Trendlinie kommt, kann es sein, dass es hier nochmal einen Push gibt. Hier wäre es möglich, dann auch durch das Point Control, dass wir hier ein mögliches Ascending Trangle sehen, dass es nochmal nach oben bekommt. Aber wenn die Unterstützungslinie hier bricht, dann gehen wir runter auf unser Target. Und da könnt ihr schön nochmal etwas Ethereum akkumulieren. Aber bitte bedenkt daran, wir haben hier unten nochmal ein tieferes Tief, was wir erwarten könnten. Ja, hier könnte man dann nochmal richtig schön einkaufen. Aber für diejenigen, die schon immer gesagt haben, ich habe jetzt Bock, ein Ethereum oder mehr zu kaufen, dann fängt jetzt die Reise demnächst an. Und ihr könnt das natürlich kaufen. Aktuell sind wir da auch unterhalb der Point of Control. Also auch das ist sehr, sehr wichtig für uns. Und wir können das dementsprechend jetzt auch noch anschauen. Was wir noch einbauen könnten, wäre gegebenenfalls noch interessant, wäre, wir nehmen das von diesem High zum unteren. Und wir nehmen noch diesen Swing in der Diagonale mit. So, jetzt haben wir hier ein sehr interessanter Spiel. Also diese rote Linie, die wir hier sehen, ist der Diagonale Support. Also alles, was oberhalb diesem Support ist, ist dementsprechend für diesen Abwärtstrend, was wir hier jetzt eingezeichnet haben, ein positiver Trend nach oben. So, und wenn wir jetzt von diesem Swing aus geht, und da nach oben kommen, ist es eben wieder zu sehen, dass wir hier wieder unterhalb diesen Trend läuft. Das bedeutet, der Aufwärtstrend dieses Swings ist aktuell vorbei. Man sucht also ein neues Tief für einen neuen Swing. Ob das da schon das Tief war, bezweifle ich. Ja, deshalb brauchen wir hier nochmal ein bisschen Kraft. Es ist also auch hier ebenfalls sehr, sehr interessant, das Ganze nochmal ein bisschen anzuschauen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ja, also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann schauen wir uns auch hier nochmal an, wie es hier allgemein aussieht. Wir tauchen langsam in die Longzone hinein. Somit gebe ich euch auch hier ganz klares Feedback für die Neulinge. Das würde ich nicht shorten. Macht hier ganz einen cleveren DCA. DCA, das bedeutet ein durchschnittlicher Preis. Einkauf, staffelt das nach unten mit dem Budget, das ihr zur Verfügung habt, und nutzt dieses, um hier etwas Sinnvolles machen zu können. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Der Ausbruch ist immer noch da. Also hier, auch hier in diesem Rising Wedge, ähnlich wie bei Bitcoin. Ja, und dann hätten wir hier eigentlich auch noch XRP. XRP habe ich euch gestern Abend noch mal kurz zugestellt. Wir haben die Box, wir haben noch darüber gesprochen, die Box nach unten. Gestern habe ich das gesagt, Leute, wir werden hier dieses 0,5 wahrscheinlich nach unten krachen lassen. Und genau so ist es passiert. Wir sind hier runtergegangen, haben die erste Box abgearbeitet. Aktuell auch schöne Bestätigung. Das ist gut funktionieren. Ein bisschen tiefer runtergerutscht. Ja, dann kam noch mal ein kleiner Abverkauf, Angstverkauf, gehe ich mal stark davon aus. Wir haben aber immer noch das Target hier zwischen 52 bis 50 Cent. Da befindet sich nämlich das Target vom Descending Tracking, von dem, was wir hier durchbrochen haben, nach unten. Also auch hier, liebe Freunde, bleibt mir da wachsam. Gratulation für jeden, der das getradet hat oder eben jetzt nachgekauft hat. Das ist auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, bis hier unten müsst ihr euch noch gedulden. Wenn man dann anschaut, wo lange die Point of Control war vor dem Entscheid von XRP, dann sind wir bei 47 Cent gewesen. Somit aktuell immer noch eher stark oben. Aber trotzdem immer noch enttäuschend gegenüber der grosssprüchigen Community von Rebel. Im 12-Tages-Chart, ganz, ganz wichtig, halten wir uns aktuell noch an diesem 0,5er bei Bitcoin. Also das bedeutet, alles, was noch über der 28,800er ist, könnte noch positiv bleiben. Betonung auf könnte. Was wir nicht schaffen, ist, diese imaginäre Widerstandslinie zu durchbrechen, damit wir da mal nach oben kommen. Das ist aktuell noch sehr, sehr schwierig. Wenn wir hier unten das Level brechen, dann fallen wir auf 27,5 bis 26,5. Das wäre dann relativ schnell machbar. Wir könnten das theoretisch errechnen, wann das ungefähr für uns passieren sollte. Wäre machbar. Wir könnten das mal so mitnehmen. Moment. Wir nehmen das mal hier und runter. Hätten wir das, was wäre. Also hier im September bis Januar 24 wäre da eine riesengroße Zeitlöcke da, wo man hier nochmal runterspringen könnte. Könnte. Oder nach oben. Das gibt mir nur den Zeitpunkt dann, wohin die Reise geht. Jetzt können wir sagen, ja okay, wir sind von oben nach unten gegangen, also müsste es theoretisch eher nach oben gehen. Wäre nicht falsch, der Gedanke. Aber ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Wir wissen noch nicht, wie die FED reagieren. Wird heute Abend um 20 Uhr, werden die Protokolle wieder veröffentlicht. Dann kann man nochmal nachlesen, was da im Juli besprochen wurde. Aber ganz ehrlich, Leute, ob das denn auch das ist, was wir lesen und sehen wollen, da bin ich mir da definitiv noch sehr, sehr unsicher. Sehr, sehr unsicher. Wir wollen natürlich noch hier hineingehen. Doch, hier war es im Vier-Stunden-Chart von Bitcoin. Auch das ist natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Aktuell an einer sehr, sehr wichtigen Stelle, nämlich am Retracement vom 0,5er, ähnlich wie wir es bei Ethereum haben. Sollten wir nach unten ausbrechen. Wird es nochmal ein bisschen schwierig. Die Linie soll euch nicht irritieren. Das kann nochmal eine Möglichkeit geben für eine Bestätigung. Dann hätten wir hier ein kleines Falling-Vetch, das uns nochmal nach oben gibt. Das bringen wir den Leuten immer bei. Also wir haben hier ein symmetrisches Dreieck. Und das symmetrische Dreieck ist eigentlich so eine 50-50-Story. Nicht ganz, man kann da schon das ein oder andere herauslesen, woher man kommt und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist es für uns natürlich auch wichtig. Was wir rausnehmen könnten, ist eigentlich das hier. Das kleine Falling-In-Rising, das wir hatten. Das nehmen wir mal raus. Wir behalten diese Linien hier bei. Diese könnte man gestrichelt lassen. Das sagt uns nur, gehen wir noch nach oben oder nach unten aus der aktuellen Sicht. Was wir hier ganz klar sehen, ist, dass der kurz davor war, Bullish zu crossen auf der Bullischen Seite. Das ist oftmals sowieso eher eine schwache Performance, wenn wir hier oben einen Bullischen Cross haben bei der MACD. Wir sind hier also nochmal ein bisschen tiefer, aber noch nicht in der Longzone. Somit wäre es mir eigentlich lieb, wir werden dieses 0,5er, was wir hier sehen, nochmals brechen nach unten. Entweder auf die untere Trendlinie oder direkt zum Ausbruch. Hätte ich nichts dagegen. Aktuell ist es auf den 21. August ausgelegt. Das sind nur noch fünf Tage bis dahin. Ab diesem Zeitpunkt erwartet man eigentlich den Ausbruch nach unten. Ob das dann kommen wird, werden wir sehen. Ich bin da auch weiterhin sehr, sehr gespannt. Fakt ist aber, dass eben sämtliche Daten, die wir hier haben, aktuell eher auf eine Korrektur ausgelegt ist. Und deshalb nochmal zurück auf all diese Medien-Stories, die wir immer wieder lesen. Manchmal habe ich das Gefühl, die kommen nicht aus dem heiteren Himmel heraus und die sind teilweise schon irgendwie geplant. Und da bin ich jetzt hier ein bisschen vorsichtig, informiere euch und versuche euch natürlich zu sensibilisieren, damit ihr da keine grossartigen Fehler macht oder auch zu stark auf Medientexte verlasst. Ja, Bullenmarkt kommt zurück im Oktober, ohne Wenn und Aber nächstes Jahr. Aber zuerst müssen die Zinsen gesenkt werden. Es muss wieder frisches Kapital zur Verfügung stehen. Denn der Immobilienmarkt muss abkühlen. Wenn die Immobilienblase platzt, dann haben wir ja auch hier im Kryptospace ein Problem. Das hat dann schon viele, viele Züge. Und wenn man das nicht versteht, dann ist es auch schwierig, sich in einem Chart wohlzufinden oder ihn eben richtig zu deuten. Aus diesem Grund kommt nochmal ein kleiner Hinweis für mich. Seid vorsichtig, wenn es um diese Sachen geht. Kommt aber zu uns in die Telegram-Gruppe. Fragt danach. Egal, um was es geht, wir helfen euch natürlich so oder so. Ich bin hiermit raus, sage Tschüss aus der Schweiz, bleibe gesagt, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.